Wir haben gestern schon ein wenig über das erste in Serie gebaute Verkehrsflugzeug mit Strahltriebwerken gesprochen. Eine ziemlich fortschrittliche Sache. Aber wir mussten zum Ende des Videos dann irgendwann feststellen, dass die Geschichte des Flugzeuges, als es dann bei den Fluggesellschaften verfügbar war, dass die doch einige Ähnlichkeiten aufweist zur Boeing 737 MAX. Die Comet stürzte innerhalb eines Jahres dreimal ab. Drei Totalverluste mit Todesopfern, deren Untersuchungen im Nachhinein dann schnell bei der Ursache Strukturversagen zusammenliefen. So wie es aussah, war die Comet einfach noch nicht wirklich zu Ende entwickelt. Und so wurde der Flugzeugtyp dann 1954, nicht mal zwei Jahre nach seiner Indienststellung, schon wieder am Boden gehalten. Und alles, was dann passiert ist, das schauen wir uns jetzt heute mal ein bisschen genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, ich habe mich gestern sehr gefreut über eure Kommentare. Viele von euch scheinen sich sehr für diesen Flugzeugtypen zu interessieren und haben sich dann sehr über die Infos gefreut. Und ich hoffe, dass wir heute genauso weitermachen können. Also, die Briten, die hatten es tatsächlich geschafft, das erste Passagierflugzeug mit Jetantrieb auf den Markt zu schmeißen. Den durch den Zweiten Weltkrieg entstandenen Rückstand im Thema Flugzeugbau konnten die Briten somit nicht nur aufholen, sondern sie waren jetzt der Konkurrenz sogar einen großen Schritt voraus. Wirklich darüber freuen, konnte man sich aber aufgrund der eben genannten Ereignisse nicht. Ein Auseinanderbrechen in der Luft mit 43 Todesopfern im Jahr 1953. Wenige Monate später, dann Anfang 1954, ein zweites Flugzeug, das auseinandergebrochen ist. Da dann mit 35 Todesopfern. Ja, sollte man das Flugzeug jetzt verteufeln? Wahrscheinlich nicht. Immerhin ist es das erste seiner Art. Es ist und bleibt ein Vorreiter, ein Pionier in diesem Bereich. Und auch wenn an diesem Flugzeug zu dem Zeitpunkt sicherlich rein gar nichts perfekt war, alles, jede Schraube noch hätte überarbeitet werden müssen, um ein wirklich sicheres und perfektes Flugzeug draus zu machen, so ist es immer noch das Flugzeug, das die Passagierfliegerei in Jets Anfang der 50er Jahre ermöglicht hat. Das darf man vielleicht nicht aus den Augen verlieren, wenn man jetzt gleich über die ganzen Fehler dieser Maschine spricht. Aber gut, während sich der Blick in die Vergangenheit gestern noch nicht so richtig gelohnt hat, weil die Komet eben nach dem Krieg ganz einfach die erste ihrer Art war, lohnt es sich heute umso mehr mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir haben eben schon gesagt, ab Januar 1954, nach dem zweiten fatalen Auseinanderbrechen in der Luft, da stand die Maschine erst einmal wieder am Boden. Man untersuchte den Unfall, konnte jedoch nicht schnell genug eine klare Ursache definieren, konnte nicht schnell genug eine klare Ursache finden, gab sich dann aber recht schnell mit Feuer als wahrscheinliche Ursache für die beiden Abstürze zufrieden. Höchstwahrscheinlich nur aufgrund des Drucks, welcher auf dem prestigeträchtigen Projekt lastete. Ja, und wenige Wochen nach der erneuten Indienstellung der Komet kam es dann zum dritten fatalen Absturz, wieder zum Auseinanderbrechen in der Luft, diesmal mit 21 Todesopfern. Und von dem Zeitpunkt, ab April 1954, dort verlor die Komet erst einmal ihre komplette Zulassung. In den Vereinigten Staaten wurde währenddessen, und jetzt aufpassen, im Mai 1954, also nur knapp einen Monat später, die Boeing 367 aus der Halle geholt. Und jetzt klingelt das vielleicht schon bei dem einen oder anderen, die Boeing 367-80. Das ist der Vorgänger und die Basis für die darauf folgende KC 135 für die Air Force, und das ist Basis und Vorgänger der Boeing 707. Und spätestens das Flugzeug ist sicherlich den meisten bekannt. Und währenddessen werkelte Douglas ebenfalls in den Vereinigten Staaten bereits fleißig an der DC-8. Was ich damit sagen möchte ist, dass die Havilland zu diesem Zeitpunkt auf gar keinen Fall mehr alleine war. Und während man in Europa bei der Komet über Strukturversagen diskutierte und die Komet ja auch mittlerweile ihre Zulassung verloren hatte, dann nahm sich der zuständige Testpilot in den Vereinigten Staaten mal eben seine Boeing 367 und drehte damit zwei Fassrollen ohne Absprache. Mal ganz davon abgesehen, dass dieses Manöver, wenn richtig und vernünftig geflogen, weder eine große Belastung für das Flugzeug noch eine große Belastung für die Menschen an Bord dieses Flugzeuges darstellt, so ist es dennoch eine sehr radikale, aber höchst effektive Art und Weise, um potenziellen Passagieren, aber auch potenziellen Kunden, also Fluggesellschaften, zu zeigen, dass dieses Flugzeug von Boeing eben genau das kann, was die Komet in Europa eben nicht kann. Nämlich das zusammenhalten, was zusammengehört. Währenddessen musste man auf der anderen Seite des Atlantiks bei The Havilland nacharbeiten. Und zwar ganz gewaltig. Also nur damit man jetzt nicht den Überblick verliert, wir waren bei zwei Totalverlusten, bei zwei Startunfällen aufgrund von Pilotenfehlern und drei in der Luft auseinandergebrochenen Maschinen. Und das alles in den ersten zwei Jahren nach der Dienststellung der Komet. Um die Ursache zu finden, untersuchte man ganz genau die geborgenen Teile von den Abstürzen, nahm sich dann aber eine komplette Flugzeugzelle der Komet von The Havilland selbst und packte das alles in ein Wasserbecken. Kein Scheiß, das hat man wirklich gemacht. Und dann füllte man das Wasserbecken selbstverständlich mit Wasser, genauso die Kabine des Flugzeuges. Das Ganze war ja eine Druckkabine, war also oder sollte zumindest dicht sein. Und dann pumpte man in diese Druckkabine nochmal immer weiter Wasser rein, sodass man einen Druckunterschied aufbauen konnte und somit Flüge in diesem Wasserbecken simulieren konnte. Und tatsächlich wurden bei diesen aufwendigen Versuchen ziemlich beeindruckende, aber auch erschreckende Ergebnisse gemacht. Die Belastung auf die Flugzeugzelle, an den Ecken der Passagierfenster, weil es eben noch keine runden Fenster waren, sondern eckige, die waren deutlich größer, als man das eigentlich in der Entwicklung des Flugzeuges erwartet hatte. Der Flugzeugrumpf muss an diesen Ecken und Kanten teilweise drei bis fünfmal so viel aushalten, wie an anderen Stellen. Und das soll so nicht sein. Und tatsächlich, nach 3.100 Flugzyklen, ungefähr, davon knapp 1.800 in diesem Wasserbecken simuliert, brach die Maschine tatsächlich auseinander. Die Flugzeugzelle wurde durch den Druck zerrissen. Und das nach einer echt überschaubaren Anzahl an Flugzyklen. Und das dann auch natürlich an der Kante eines Fensters. Und das waren hier nicht nur die Passagierfenster, die eckig und damit problematisch waren, sondern auch alle möglichen anderen Öffnungen des Flugzeuges waren so gebaut. Beispielsweise die Öffnung, hinter der sich der sogenannte Automatic Direction Finder befindet, kurz ADF, um Funknavigationsanlagen vom Typ NDB zu empfangen. Auch die Öffnung war quadratisch und damit ein Risiko. Das war jetzt also ganz klar die Schwachstelle des Flugzeuges. Und es ging da nicht nur um irgendwelche Passagierfenster oder um irgendwelche anderen Öffnungen, sondern es ging ganz einfach auch darum, dass die Konstruktion der Maschine, dass die Struktur nirgendwo die Fähigkeit besaß, einen Riss auch wieder aufzufangen. Also, wenn sich ein Riss gebildet hat, beispielsweise an der Kante eines Fensters, dann hat er sich auch immer und immer weiter ausbreiten können. Das Flugzeug war ganz einfach nicht so stabil und nicht so fähig, wie man sich das eigentlich vorher erhofft hatte. Und das ging es jetzt zu verbessern. Aufgrund der aufwendigen Untersuchungen konnte man nämlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass eine Komet 1 irgendwo zwischen 1000 und 9000 sogenannten Cycles, 1000 bis 9000 mal die Druckkabine aufbauen, 1000 bis 9000 mal landen, irgendwo dazwischen bricht dieses Flugzeug auseinander. Und auch wenn das jetzt keine wirklich klare Eingrenzung ist, so ist es dennoch das Todesurteil für die Komet 1. Denn fliegen wollte damit und sollte damit jetzt keiner mehr. Das Ergebnis der Untersuchung war damit klar. Das Flugzeug, die Komet, musste komplett überarbeitet werden, um jetzt wieder für den Passagierbetrieb zugelassen werden zu können. Und ohne jetzt zu genau ins Detail gehen zu wollen, Es ist ja auch vollkommen logisch, dass die Belastungen, die auf ein Flugzeug oder auf eine Druckkabine in einer Höhe von knapp 40.000 Fuß wirken, dass die nicht zu einem Großteil an irgendwelchen eckigen Fensterkanten oder an irgendwelchen altmodisch verbauten Nieten hängen dürfen, sondern die müssen sich gleichmäßig auf den Flugzeugrum verteilen. Und das musste man jetzt bei der Komet hinbekommen. Und das schaffte man unter anderem durch verstärkte Materialien an wichtigen Stellen oder ganz einfach eben auch durch runde Fenster. Von da an wurden in Flugzeugen auch nur noch runde Fenster verbaut. Und man führte an dieser Stelle auch aufgrund von Untersuchungen mit der Komet das Fail-Safe und Save-Live-Prinzip ein. Seitdem ist das in vielen Bereichen, aber eben auch im Flugzeugbau ein Standard, um Bauteile zu beurteilen, um Wartung durchzuführen, aber auch um Systemredundanzen aufzubauen. Alle bis dahin gebauten Komet 1 wurden jetzt entweder verschrottet oder modifiziert und konnten dann weiterfliegen. Genauso war es auch mit der ab 1953 erhältlichen, etwas verbesserten Version Komet 2, die dann übrigens auch mit den optimierten Rolls-Royce-Triebwerken unterwegs war. Die Fluggesellschaften stornierten die offenen Bestellungen für das Flugzeug oder aber die Maschine wurde auch hier modifiziert, überarbeitet und konnte dann weiterfliegen. Und alle Verbesserungen, die man aus den Unglücken dann rausziehen konnte, die wurden dann erst ab 1954 in der Komet 3 vereint. Dann getestet, für nicht ausreichend befunden und dann endlich in optimierter Form in der Komet 4 verpackt. Die Komet 3 war nur so eine Versuchs- bzw. Testserie und kam auch nie über ein einziges fertig gebautes Flugzeug hinaus. Die Komet 4 hingegen, die konnte man jetzt wieder verkaufen. In der mittlerweile auf 34 Meter herangewachsenen Maschine konnten jetzt knapp 80 Leute sitzen und damit konnte die Komet dann auch über 5000 Kilometer weit fliegen. Das waren richtig brauchbare Werte und man konnte mit diesem Flugzeug endlich wieder etwas anfangen. Mittlerweile war man jedoch im Jahr 1958 angekommen. Und auch wenn BOAC mit der Komet 4 ab September 1958 dann endlich die ersten Transatlantikflüge mit Passagierjets anbieten konnte, so musste die Komet 4 bis dahin ihren größten Vorteil aufgeben. Und zwar ihren Zeitvorteil gegenüber anderen Herstellern, gegenüber anderen Flugzeugtypen. Denn mittlerweile hatte auch die amerikanische Boeing 707 ihren Erstflug durchgeführt. Das Ding war moderner, effizienter und unterm Strich ganz einfach das deutlich bessere Flugzeug. Ab 1960 war die Boeing 707 dann auch bei BOAC verfügbar und machte dort innerhalb kürzester Zeit die Komet ziemlich überflüssig. Bereits 1965 musterten die Briten ihre letzte Komet 4 aus. Mit allem Drum und Dran, mit allen Prototypen, allen Testflugzeugen und so weiter wurden insgesamt nur 114 Exemplare von der Komet gebaut. Davon 76 aus der Reihe Komet 4. Bis 1981 konnte man das Flugzeug dann noch im ganz normalen Passagierbetrieb erleben. Danach wurden nur noch wenige Maschinen in einem flugbereiten Zustand gehalten. 1997 wurde dann der letzte offizielle Komet-Flug durchgeführt mit einer Testmaschine des britischen Technologieministeriums. Und danach war Schluss. Und so bleibt die Erinnerung an ein sehr abenteuerliches Flugzeug, an einen Pionier mit deutlichen Fehlern, die die Maschine schnell überflüssig, aber nicht unnötig machten. Viele sagen, wenn de Havilland zu dieser Zeit diese ganzen Fehler, diese ganzen Schwierigkeiten nicht durchgemacht hätte, diese Fehler an ihrem Flugzeug nicht gemacht hätte, dann wäre das alles jemand anderem passiert, einem anderen Hersteller, vielleicht Boeing oder vielleicht Douglas. Ob das genau so passiert wäre, das wissen wir natürlich nicht, aber es klingt schon recht plausibel. Heute findet man das Flugzeug nur noch im Museum. Und auch hier in Deutschland gibt es eine Maschine, und zwar in der Peter Junior Flugzeugausstellung. Müsst ihr mal einfach googeln, falls ihr euch das Flugzeug mal in echt angucken wollt. Dort findet ihr eine Komet 4, falls es jemanden interessiert. Ansonsten soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und ich hoffe, das war ein passender zweiter Teil zu diesem Flugzeug. Heute geht nochmal ein großes Dankeschön raus an Jonas für eine tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Vielen lieben Dank an dich. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.